Wir als Landtagsfraktion der Freien Wähler im Bayerischen Landtag sind als gesetzgebendes Organ dafür verantwortlich, der Polizei die Befugnisse zu geben, damit sie ihrer Schutzfunktion auch tatsächlich nachkommen kann. Und hier muss man immer das ausgewogene Verhältnis finden zwischen Bürgerrechten und Sicherheitsbedürfnis. Das ist ein großes Anliegen von mir, hier die richtige Waage zu finden. Die Polizeibeamten sind gut ausgebildet. Wir haben eine moderne Polizei, wir haben eine moderne Ausrüstung für unsere bayerischen Polizeibeamten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber was uns als Freiwähler Landtagsfraktion seit vielen Jahren ein Anliegen ist, das ist die Personalsituation in der bayerischen Polizei. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass jährlich 500 Polizeistellen zusätzlich geschaffen werden vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2023. Wir werden dann im Jahr 2023 mit 45.000 Polizeibeamten den höchsten Personalstand bei der bayerischen Polizei haben, den es jemals gab. Ich glaube, damit sind wir gut gerüstet für die Zukunft. Und das ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Es ist richtig, die Vielfalt der extremistischen Gruppen nimmt ständig zu und stellt die Sicherheitsbehörden natürlich vor große Herausforderungen. Ich möchte nur einige ansprechen. Rechtsextremismus mit Hass gegen Ausländer, aber auch gegen Andersdenkende, die linksautonome Szene, die eine ebenso große Gefahr darstellt, aber auch Reichsbürger, islamistischer Terrorismus oder ausländischer Terrorismus oder Extremismus. Aber auch die organisierte Kriminalität sei in diesem Zusammenhang genannt. Diese Gruppierungen werden ja vom Verfassungsschutz in Bayern beobachtet und ich glaube, wir sind gut aufgestellt, aber es gilt natürlich immer ein wachsames Auge zu haben und dann tatsächlich konsequent gegen diese extremistischen Bestrebungen vorzugehen. Die Kriminalität im Netz stellt uns vor große Probleme. Sie ist in Steigen begriffen. 12,4 Prozent Steigerung im letzten Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Dagegen muss man Konzepte entwickeln, entsprechend vorgehen. Das Spektrum ist sehr vielfältig. Das geht an bei Fake Shops, bei sonstigen betrügerischen Internetangeboten. Sieht sich dann fort über Kinderpornografie, Waffenhandel und Drogenhandel im Internet. Und natürlich, die extremistischen Bestrebungen finden auch überwiegend im Netz statt. Die bayerische Polizei ist eigentlich ganz gut aufgestellt bei der Bekämpfung dieser Arten von Kriminalität. Aber es wird uns in den nächsten Jahren noch viel Arbeit kosten, dies entsprechend einzudämmen und konsequent dagegen vorzugehen. Ja, ich habe schon mehrfach angesprochen, die bayerischen Polizeibeamten sind gut ausgebildet. Sie sind sehr moderiert, motiviert, sie sind engagiert. Das gilt es natürlich weiterhin zu unterstützen, um sie weiterhin so engagierte Arbeit machen lassen zu können. Der Freistaat ist natürlich auch aufgefordert, ihnen die nötige Rückendeckung zu geben. Gewalt gegen Polizeibeamte ist derzeit ein großes Thema. Sie ist am Steigen. Das zeigt sich nicht nur in verbalen Angriffen, sondern tatsächlich auch in körperlichen Angriffen bis hin zu versuchten Tötungsdelikten. Ich glaube, da kann die Gesellschaft nicht zusehen. Da muss die Politik, aber die gesamte Gesellschaft hinter unseren Polizeibeamten stehen und ihnen den Rücken stärken. Ja, wie so viele Freie Wähler hat natürlich mein Weg über die Kommunalpolitik in die große Politik geführt, in die bayerische Landespolitik. Ich habe mich engagiert für einen Lärmschutzwall in der Nähe meines Hauses, das ich gekauft habe. Da habe ich Unterschriften gesammelt und seitdem bin ich in der Politik tätig. Besondere Freude macht mir natürlich, wenn ich was erreichen kann für meine Heimat, für meine Heimatregion. Wenn ich da irgendwelche Projekte an Land ziehen kann, Gelder aus dem Freistaat, die dann hier investiert werden, dafür lebe ich, dafür setze ich mich ein. Das ist meine Motivation, mich politisch zu engagieren. Bayern, Urlaub, Berge, Seen. Geduld. In der Politik geht nichts schnell, da muss man immer Geduld haben. Der schönste Fleck in Bayern ist natürlich meine Heimat hier, Weißenburg und das fränkische Seenland. Öffnenberg. Musik 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 Vielen Dank.